Hallo, Leute, ich habe vergessen, wie mein... Ach, warte, achso, jetzt, jetzt, hallo, nein, du, hallo, nein, du, hallo, die heute einschalten haben, heute spiele, ähm, T-World, warte, habe ich das gerade richtig gesagt, ja, ich glaube, es heißt T-World, ich spiele nicht falsch, ich, ach, keine Ahnung, okay, ähm, ja, weil ich spiele, das ist einfach so, erklär, man muss einfach was töten, wie fast in jedem Spiel muss man Gegner töten, ist ganz einfach, und mit der rechten Maustaste kannst du dich so anhängen, und ja, man weiß ja, wie man ganz normal schießt, äh, Schusser-Spieler, einfach ganz normal schießt, wie man weiß, ja. Und man weiß ja auch von anderen Spielern, wie man die Waffen wechselt, deswegen, ja, das ist einfach nur ein ganz normaler Schüler-Spieler, wo man Leute töten muss, und man kann auch das machen, so, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, was man dann, aber ich habe gerade etwas gemacht, und ich bin blöd, dass ich mich mal wachen wollte, hehe, und man kann auch diese Dinge aufsammeln, und auch Herzen, oben rechts, ähm, seht ihr mein Leben, ich habe, ähm, ja, und ich bin tot, ähm, oben rechts, seht ihr mein Leben in die Ecke, ähm, und da, da, da unten, ähm, und da unten rechts, ähm, wo auch mein Leben in die Ecke, seht ihr mein Schutz, hier zum Falle sterbe ich die ganze Zeit, ey. Alter! Ich bin tot. hulleedel-Spieler, ich weiß ja, der Weg ist lieb, da unten, die auf dem Schild, da unten, crib wird das Und achso, jetzt ist einer von unserem Team. Und wir müssen etwas machen, so unsere Mission ist, die Flaggen von uns das andere Team zu nehmen und dann bei unserer Flagge die Hinsucht bringen. Und wir dürfen ja nicht dabei sterben, wie man es weiß. Sonst ist es eben, ja. Und ich bin tot. Weil jetzt, ich werde immer sterben. Ich werde gar keinen töten. Alle Liedern, ihr tötet mich. Ihr tötet mich. Was bitte? Nein, da ist einer, der hat unsere Flagge. Der hat unsere Flagge. Ich habe es gesehen, der hat unsere Flagge. Nein, 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 nein. Und wir kämpfen gegen das rote Team, dass der mich gerade getötet hat. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich kann mich doch umbringen, ey. Ich beide. Weil ich länger nicht ein Video kam, kann ich jetzt sagen... weil ich wollte ein spiel aufnehmen dann war es so leise und dann wollte ich dann noch ein spiel aufnehmen war mich dann die restlichen 100 jahre nicht videos auf der nummer keine ahnung ich habe einfach vergessen dass ich überhaupt im displayer bin jetzt mal wieder videos ich mache heute so drei oder zwölf videos oder elf oder zehn glaube ich mache ich so jetzt heute ich habe mich jetzt nicht mit der hat mich nicht jetzt habe ich eine kürte jetzt sagt der kleine fraz war ebenfalls der kleine kreis das aussieht ein bisschen wie ein fußball für mich der beinahe wenn ich so ein fußball hätte dann hätte ich so gedacht kauf ich mir nie mehr bei ebay warum sterbe ich die ganze zeit ich kann doch einfach so mir ist ja keiner von der das meine babi so informiert und sagt du bist ein bisschen nicht gut sein weil ich bin ja ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin so schlecht und ich bin leider muss man nicht reden ich will nichts sagen ich habe nichts ich hätte doch fast die flache geht das video ja auch nicht wieder und muss wieder ein neues machen und muss wieder 100 jahre probieren wir haben verloren oder haben wir ich weiß nicht wie man sehen kann dass man verloren ich glaube ja verloren verloren ja nur so sagen das ist ein spiel das man sich bei steam holen kann ich weiß nicht ob es geld gekostet hat oder nicht dieses spiel habe ich nämlich so lange nicht mehr spielt ich weiß nicht dass es geld gekostet hat oder nicht aber wenn ihr das tun das sind herzliche also ich hab schon alles von uns sagt das ist nicht einer von Sie ist da auf mich einer! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Waffe alle! Waffe leer! Waffe wechseln! Waffe wechseln! Schieß! Schieß! Ah! Ah! Wie ist der wirklich so schlecht? Schieß! 2 gegen 1! Warte! Schieß! Schieß dich! Ab! Digga! Das war ein Gegner! Und das ist ein Gegner! Und das ist ein Kai! Und ich muss abhauen! Ich muss abhauen! Ich muss abhauen! Ich muss abhauen! Ich bin abhauen! Ich bin abhauen! Ja, ich bin... Scheiß! Ich bin abhauen! Ja, ich bin abhauen! Ich bin abhauen! Ich bin abhauen! Ach, der ist tot, der ist schon tot, der ist schon tot, der ist schon tot, ja, der ist tot. Warte, das passt so. So, das kann ich nicht machen, das stimmt. Ich töte dich, ich töte dich, ich, was, ich weiß, was, ich töte dich, ich, du tötest mich. Das war ein roter und ein Tapfenbilder, der ist von mir vorbeigedangt und hat gesagt, hallo. Ich habe nicht gesehen, das ist ein roter, weil es ist ja falsch. Ah, und was ich vergessen habe zu sagen, man kann auch bei dem Spiel, konnte man bei dem Spiel, ähm, sein Aussicht verändern? Ja, ich glaube, das konnte man, man kann bei dem Spiel, ähm, sein Aussicht verändern, glaube ich. Ich habe es vergessen, weil, ähm, ja, weil, weil ich habe es 100 Jahre nicht mehr, das Spiel oder eine Million oder einen Kriaden, äh, ich bin tot. Ja, ich wusste doch nicht, dass da die Hölle ist. Ja, ich wusste doch nicht, dass da die Hölle ist. Ah, ich wusste doch mal, ich weiß nicht, kann man überhaupt sehen wie mein Name? Da, oder? Ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, ich weiß nicht, 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 weiß nicht. Also durcheinander. Ja, dann lass sie neben unsere Flasche. Wo ist denn meine Flasche? Sonst sterbe ich gleich! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ich schleppe, ich schleppe, ich schleppe, ich schleppe! Ich bin tot! Ähm, und man kann auch Doppelsprung machen, hab ich vergessen zu machen. Wie man zwei zweimal springen kann, kann man ja auch drücken? Ich glaube nicht. Ich bleib einfach zurück geh. Ich bleib da! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt wollen wir nicht. Warte, warte. Nicht umbringen. Umbringen ist böse. Umbringen ist böse. Ich will doch auch mal die Flagge zu unserem Team bringen. Ich will doch auch mal die Flagge zu unserem Team bringen. Ich hab noch ein Leben. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Trotzdem ist es. Nein, 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 nicht töten, nicht töten Wenn man tötet, das darf man nicht machen Töten ist sehr, sehr gefährlich Nein, ich kann die Flagge Nein, 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 nicht töten, nicht, nein Töten war böse Und jetzt hole ich mir nochmal die Flagge und brenge es jetzt diesmal zurück Und diesmal gibt es keine Widerrehen Nein, 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 nein Hilfe, 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 Hilfe Ich brauche Lebensbrauch, Lebensbrauch Schnell weg, schnell weg, nein, nein, nein Ich habe vergessen, wie man den Ton leistet Ja, ich glaube, ich weiß, wie, aber ich muss aber dann gar nicht sterben Und, ach, warte Ich habe auch, warte, konnte man das in der August, musste man es, man musste es doch in der August Aber ich kann gerade etwas in der August Aber ich kann gerade nicht, wenn ich spiele Schnell, schnell, los, los Warte, hast du da, sie ist lang Commissioner Hilfe, Hilfe, Hilfe Nein Schnell, schnell, schnell Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, Töten war keine Hilfe. Ok, ich versuche mal leiser zu sein. Versuche mal leiser zu sein. Fass, fass, Mann, ich wollte die Flange. Oh, nein! So, also, sterbe ich immer wieder hier in den alten Oberhausen. Sterbe ich immer wieder hier, wo auch die alten Kühen gibt es. Sterbe ich hier immer ein. Ich nehme mal meinen Opa jetzt. Das ist mein Harbo. Das ist mein Schuss. Das ist mein Schuss. Oh, was, was. Hilf schon, hilf schon. Hilf schon, hilf schon, hilf schon, hilf schon, hilf schon. Ich hab noch ein Lenz, ich hab noch ein Lenz, ich hab noch. Hilf schon. Jetzt reißt du mir jetzt. Jetzt reißt du mir. Jetzt reißt du mir. Jetzt reißt du mir sowas. Ja, ich weiß nicht, ich hatte die Schleuchter gekocht. Nein, 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 nein. Ich habe Furcht jetzt hier. Achso, ich dachte ich war hier ein Schleuchter. Ich habe Furcht. 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 Ja, es wird god loslassen. Ich bin fü Ich habe Furcht. Eh, das ist richtig. Ich habe Furcht. Ich wollte doch auf der anderen Seite mich haken, was ich glaube, dass es ein Haken ist. Ich habe die ganze Zeit... Warum soll ich ein Video aufnehmen, wo ich die ganze Zeit sterbe und ich nie die Flamme zurückbringen kann? Auf jeden Fall Schaffung. Schnell! 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 Schneller! Schneller! Du Schnellmach! Heschen! 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 Jetzt freu' ich mich. Hat sie ein bisschen? Nein! Was? Was? Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Nein, dann eben nicht. Ich war da nicht auf den anderen Seite bei Linken, aber... Ja gut. Eben, dann eben nicht. Weil die Zeit ist ja fast so. Und dann dauert es ja noch länger bei das andere. Also deswegen... Ja, deswegen eigentlich... Kann ich auch mal das andere Team fallen? Ich mach gar nichts. 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 Ich mach nichts. Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Schüsse! Ihr packt mich nicht! Ihr packt mich nicht! Ihr packt mich nicht! Ihr packt mich nicht! Ich hätte es doch fast geschafft! Ich habe nur einen Zentimeter! Und wenn ihr irgendetwas hört, dass mein Puller ... Was? 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 Ja, das muss ich ja machen! Ich muss ja laut schreiben, weil ich die ganze Zeit sterbe und ich... Ich hatte einen Knit, aber... Warum muss jetzt wieder reinkommen? Kommt jetzt auch noch meine Mutter? Oder was jetzt? Ja? Kommt jetzt auch noch meine Mutter? Oder was jetzt? Jetzt kommt vielleicht noch meine Mutter! Aber ist nicht schlimm! Ich werde kropseln das Video runterladen! Ist nicht schlimm! Ich werde kropseln das Video runterladen! Jedenfalls runterladen! Runterladen? Ich werde kropseln das Video runterladen! Ich werde kropseln das Video runterladen! Ich werde kropseln das Video runterladen! Ich werde kropseln da nicht